Anton Semyonowitsch Makarenko – Kollektiverziehung Anton Semyonowitsch Makarenko lebte von 1888 bis 1939 und prägte die sowjetische Kollektiverziehung. Dieses Video zeigt, wo sich Makarenkos Vorstellung von einer Erziehung zu Disziplin und Ordnung überschneidet mit aktuellen Vorstellungen von Unterricht und Erziehung, wie sie auch im Lehrplan 21 verankert sind. Zur Zeit von Makarenko gab es Millionen von verwahrlosten Kindern und Jugendlichen in der Sowjetunion. Einige davon wurden zur Resozialisation in Erziehungsanstalten oder sogenannten Kolonien untergebracht. Kolonien deshalb, weil einerseits Arbeit als erzieherisches Mittel betrachtet wurde und andererseits, weil die Insassen Geld für den Unterhalt der Kolonie verdienen mussten. Der Mensch, den Makarenko schaffen wollte, war fleißig, diszipliniert, gehorsam, sowjetpatriotisch und wies damit alle Qualitäten auf, um sich im stalinistischen System zu bewähren. Im Zentrum der Kollektiverziehung steht nicht das Interesse oder die Entfaltung des Kindes, sondern das Interesse und Gedeihen des Kollektivs, also der Gemeinschaft. Die Kollektiverziehung beruht auf einer strikten Durchsetzung von Disziplin und Ordnung. Im Gegensatz dazu legte Makarenko aber auch großen Wert auf die Lebensfrische. So verpackte er zum Beispiel schwere Arbeit in eine spielerische Form. Zudem veranstaltete er explizite Erholungsphasen, Festlichkeiten oder Spieleabende. Besonderen Wert legte er auf eine gute Arbeitsteilung. Bei dieser ist die Qualität jedes Einzelnen wichtig, denn das Endprodukt kann nur durch die Zusammenarbeit des gesamten Kollektivs produziert werden. Sein wichtigster Leitspruch war, Wenn wir Makarenkos Erziehungsstil mit dem Lehrplan 21 vergleichen, so erkennt man Parallelen. Beide haben zum Ziel, die Kinder zu selbstständigen Menschen zu entwickeln. Der Weg dorthin ist allerdings ein anderer. Während Makarenko auf Disziplin und Unterordnung setzt, steht heute das Kind an erster Stelle. Die beiden überfachlichen Kompetenzen, soziale und personelle Kompetenz, sind im Lehrplan 21 zentral. Diese Kompetenzen finden sich bei Makarenkos Kollektiverziehung wieder. Durch die Unterordnung im Kollektiv erlangen die Kinder diese. Viele weitere Eigenschaften, welche im Lehrplan 21 unter den Zielen der Erziehung genannt werden, werden ebenso von Makarenkos Kollektiverziehung als Ziel genannt. Zum Beispiel Fähigkeit zur Zusammenarbeit, Übernehmen von Verantwortung, Höflichkeit, Gewissenhaftigkeit oder Durchsetzungsfähigkeit. Doch auch hier ist der Weg, um diese Ziele zu erreichen, nicht der gleiche. Makarenko dient als Erinnerung, dass es nicht die fortschrittlichen Ziele oder humanistischen Grundwerte sind, welche eine moderne Schule von einem Erziehungslager unterscheiden. Der Unterschied liegt darin, ob man Wege findet, diese Ziele so zu erreichen, dass die Kinder sich entfalten können. Wenn das denn gewünscht ist. Größert挺, dass die Ziele so zu erreichen, dass die Ziele so zu erzeugen können.